ja das ist ja so gut und erledigt wieder mit dann was sie herr die johannes er hat er Andreas? Andreas? Bin ich jetzt auf YouTube? Ach so, wie deine Mutter. Es ist so wie ein Toast. Es schiecht auf mich. Headshot! Warum funktioniert das nicht? Wupp 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 Wupp? Nee, dein Gehirn kommt gleich raus. Ey, guck mich nicht so ernst an. Das ist nicht fair. Warum siehst du jetzt anders aus? Weil er es kann. Ja, er sah gerade noch aus wie dieser Wissenschaftler und jetzt ist er ein Terrorist. Nee, ich bin nicht ja einer. Jetzt ist noch ein Wissenschaftler. Warum gibt es diesmal keinen Detail? Weil ich keinen Geforst habe. Ich habe keinen Erzwung. Oh Mann! Ich habe auch ausgewählt, wer Detail wird. Ich habe nämlich nur gesagt, das ist ein Gehirnsohn. Ja, und wer soll es sein? Ich besorge mir mal einen neuen Hut. Wow, ich mache dem Tisch 12 Schaden. Ich habe keine Munition mehr. Ja, hat jemand Munition für mich? Oh, ein Skinhead. Ey, da ist ein Skinhead gewesen. Oh Gott. Basti. Wie? Jonas macht dir nach. Ja, das ist aber blöd. Das ist aber blöd. Das ist aber blöd. Geh mal in Deckung. Wovor? Vor Andreas. Wieso, wo ist er? Der ist tot. Oha. Ich wusste es. Was denn? Was ist denn los, Junge? So, jetzt gehen wir ganz behutsam vor. Ja, ganz behutsam und total unoffensichtlich. Ganz behutsam. Was er da einstellt. Wie er da einfach mal über mir rumturnt. Was bist denn du? Da, wo du mich am wenigsten erwartest. Oh, geil, Alter. Ist du sicher? Ja. Okay. Ja, das ist aber blöd. Das gefällt mir aber nicht. Kann ich mir vorstellen. Dammit. Was hast du denn gemessen da, du kleine Hoge? Da musst du auch schon treffen, ne, Dude? Gut. Gut. Überall schlägt es ein. Braucht ne Waffe mit höherer Präzision auf die Range. Oder du kommst zu mir, das wär ne andere Alternative. Ja. Ja, können wir ja mal gucken, wie wir das machen. Ich find's auf jeden Fall nicht nett von dir, dass du so Arschloch bist gerade. Warum? Ich mach doch gar nicht. Oh, dammit! Oh, dammit! Dude! Was fällt dir ein? Wer schieß denn vorher auf mich? Dude! Basti, du bist tot. Also, bitte. Ich dachte, die Runde ist vorbei. Nein. Nein. Sie nicht. Noch lebt er. Er sagt, noch. Es wird auch so bleiben. Was zur Hölle war das? Gute Frage. Gute Frage. hoch... The next question. The next question. Wo zur Hölle ist er hin? Weg. Ich bin weg. Hallo ... WAS!? das kann doch nicht sein die Lärmst Hohen Kanzler Ortschall ist die Fahrt das ist ja echt kacke ich dachte man kann ja nicht aufhängen doch die Prüfung sind bis jetzt in der Gruppe und die ein paar mehr Rechte danke so total die motiviert sagt er das einfach mal und er Nein. Ey, wer hat... Oh, ihr... Fotzen, ey. Wer hat mir grad die Schock dann geklaut? Wo ist meine Glock? Ich will wieder meine AUG, die hat mir eben gute Dienste geleistet. Ich will wieder eine Autos... Lass die Tische in Ruhe, sonst stirbst du gleich, wenn's losgeht. Fischer! Garantiere ich dir. Fischer! Fischer. Nack, 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 nack. Fischer! Ja, du bist auch so ein Fisch, ey. Fischer. Ach, äh, eine Waffe, die rein muss, ist die Nägel. Aua! Uhre, wer war das? Ja, der, der so hässlich läuft. Wo? Noch eine! Lass mich! Ach nee, das war nur ein Rauch, ich dachte schon, uah. Marius, warum hast du denn Damage? Ja, wegen deiner Drecksgranate. Okay, Josen ist Tee. Ja, bestimmt. Er ist immer Tee. Oh, lol! Was denn? Er macht den einfach weg! Wow! Ich schäme mich. Wow! Und jetzt läuft er weg, schon klar! Wo ist der? Da! Andreas! Wo ist der denn? Ach, da im Wasser! Der da! Der da! Der, der erträgt gerade! Das kann doch nicht sein, Mann! Wow! Ihr Profis! Alter! Ich hab dir echt unabsichtlich den Headshot gezogen. Ich wollte eigentlich nur in deine Richtung schießen. Alter, was ist denn los hier?! Aber warum hast du dich grad selbst umgebracht? Und ich erinnern, warum er nur getötet hat. Ah, er ist doch bitter. Mit diesem Wissen konnte ich nicht leben. Ah, ich glaub's auch, ey. Dich rasiert, Junge, wär gut. Da wirft schon wieder irgend so'n Bastardgranaten. Ah, Basti! Wie geht's dir so? Können wir die Headshot schlüsse häufiger gelegen. Gut, und hier? Ja, mein Score ist so nütlich. Ja, dein Score ist echt mega gut. Und ich hab hier grad irgendwie... Ich bin inno. Ich hasse es. Er ist schon wieder Traitor. Nein, hier ist einfach nirgendwo Ammo. Ja, ne? Geht zu Ammonischen! Oh, oh, oh. Ha, 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 ha! Schlecht, nein. Oh, oh, oh. Hallo, Pi! Oh Gott! Hast du gekauft? Echt uncool. Hast du da grad gekauft, Andreas? Was? Oh, Pi! Okay, Andreas. Eigentlich hab ich grade Angst bei der Stimme, mit der er redet. Hallo! Wie geht's dir denn so? Wie kommt man eigentlich da hoch, wo du grade warst, Pi? Äh, das verrat ich dir nicht. Ich hab bestimmt voll die Hex. Jetzt gibt's nen Fahrstuhl. Jetzt gibt's nen Fahrstuhl. Jetzt gibt's nen Fahrstuhl. Jetzt gibt's nen Fahrstuhl. Wann, ey. Könnt ihr jetzt mal aufhören, mir so auf die Nerven zu gehen? Nein! Guck mal, ich hab hier ne schöne Pistole. Oh, man! Hört doch mal auf, bis einer heult, ey! Ich hab grad Angst vor Andreas. Hallo! Das schmeckt mir sehr gut. Kann man auch schön vom Arsch abfeuern. Ah, oder ein zweites Arschloch draus machen. Alter, ihr wollt mich doch treu, ey! Nein! Doch! Also, ja, okay, es ist so, oder? Nein! Was tut ihr da? Ach, scheiße! Ach, Leute! Ey, echt jetzt! Ich krieg ja echt nen Horror bei euch! Hinter dir! Ach, Mann! Ich will nicht mehr! I don't want to live on this planet! Wow! Was war... Was ist das? Oh, geil! Was ist das? Ähm, ja! Ja! Sehr schön! Gut, Joso! Du bist Tee! Ja! Was? Das ist ein Traitor-Tester! Der kommt daher! Ja! War das herrlich einfach! Ja, gut! Ach, die Rutsche ist ein Traitor-Tester! Das war mein Plan dabei! Ich wusste das nicht! Weil ich keiner war! Bin ich dir aber einfach hinterher gekommen! Ja, ich... Ich wusste das nicht, war! Das war mir auch neu, deswegen! Ich hab so gehofft, Ach komm, der Tee läuft da, der Unterhilfe bestimmt rein! Ist einfach so nett, ey! Ja, ist er doch sogar im Endeffekt! Naja, wir waren alle schon durch! Und es gab nur einen, aber der nicht war! Aber Gott! Tja, äh... Jonas ist gelitten, ne? Halt's zum Maul! Ach, bist du also schon wieder Traitor? Okay, Jonas ist Traitor! Hitler ist direkt am Anfang, wenn man reingeht! Vor allem, wenn er noch preparing ist, ja? Nein! Auf einem bestimmten Punkt der Strecke! Ich bin Traitor! Ja, ich auch! Ich bin Rifle! Ja, ist er ja! Ach, ein Mago mir! Hey, ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier mit dem... Nee, das... Kann das? Geht das? Warte, 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 warte! Wo hab ich... Wo hab ich meine Crowbar? Hier! Ich glaub der Fernseher läuft hier hinten irgendwo! Fenster kaputt nach... Geht das? Kann man? Die Unterwasser zünden? Wo ist der Fernseher? Warum verfolgt immer den Fernseher? Fernseher! Nein! Lass mich doch mal in Ruhe! Wo seid ihr hinten? Auf Fernsehen gucken! Fernseher! Also wer bei mir die Tür aufmacht, kriegt erstmal einen Shot ab, ey! Nicht dann... Er ist also irgendwo in der Tür! Der ist in der Kabine! Der ist in der Kabine! Ganz einfach! Alter kommt jemand mit ner Lampe! Wo ist er denn? Keine Ahnung! Ich hab irgendwie Angst! Der ist bestimmt in der Großen! Ne, die Große ist leer! Hier wird da! Hallo? 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 Ah, da ist er! Oh Gott! Hä? 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 Scheiß Tee! Du scheiß Traitor! Hilfe! Hilfe! Peter ist mein Schütz. Jonas ist. Ja bestimmt. Die Tee so unterstütze ich sogar. Nein! Nein! Ah! Ich hab doch gesagt, Jonas ist Tee! Alter, ich hab immer recht! Ich hab doch gesagt, wer die Tür aufmacht, kriegt einen Shot, Mann! Mit Ankündigung! Ja, aber ich war ja weg schon! Du musst mir wieder hergerannt. Trotzdem machst du die Tür wieder und wieder aufgemacht. Warum hab ich einen Score von 19? Äh, 13. Ey, meine, das ist die Stunde 6. Wahnsinn, ey. Also, Jonas, der will echt immer auf die Fresse. Ja, hier. Bitte, ich geb dir auf die Fresse. Aua! Bastard! Ist das nicht schön? Kennst du das Spiel? Oh Gott, sie spielen das Spiel. Oh. Ich spiel. Was hinter dir an der Wand geprintet ist. Was ist denn an dem... Oh, cool. Das ist da. Treffer! Treffer! Wenn Licht blendet. Ah, so. Jetzt ist es ganz. Moment. Licht blendet? Wo? Entschuldigung, er hat mich... Ah! Schütze! Entschuldigung, Herr Person, aber dein helles Köpfchen hat geblendet. Ich dachte, so kann man wie in Splinter Cell die Lichter ausschießen. Hast du ihn grad gemacht? Mit dem Kopfschuss! Oh Gott, nein! Jo. Hä? Also warst du doch da oben, okay. Ja. Last round. Ach, ich wurde von Pi getötet? Ja. Ja. Also ich hab dich nicht getötet. Ich dachte, ich wurde von Andreas getötet. Das ist jetzt keine freundliche Auslage. Okay, ich mag es echt, hier Traitor zu sein. Wunderschön. Auf der Map ist es auch angenehm, aber ich war noch kein einziges Mal, das nehme ich persönlich. Ja, ich find's gut, dass du mal nicht Traitor bist, ey. Deine Schuld! Deine! Ja, und wie kommt man da hoch, Pi? Ja, verrate ich dir nicht. Verrate ich dir, wenn ich das nächste Mal töte bin. Hahaha! Diese Auslage einfach, ey! Verfolge ich die ganze Zeit, Pi. Verrate ich dir, wenn ich das nächste Mal töte bin. So, kommst mit! Hey, herkomm! Putt, putt! Ich hab euch alle so lieb! Ach, willst du schon wieder kuscheln? Ja. Okay. Immer den kommissen Smilies verfolgen. Immer den Herzen, das sind Herzen. Wir sind keine Smilies. Hinter mir sind Herzen. Guck mal hinter mich. Also du bist hier hin? Ja. Drückst E, dann öffnet er sich. Und dann guckst du nach oben und drückst den Knopf. Aha. Dann landest du oben auf dem Dach. Ich würd's ja gerne drinnen und drinnen, aber dann würd ich ja zeigen, dass ich Tee bin. Also ihr habt wieder Spaß. Da bringt mir einer von euch ein Getränk mit. Er geht nicht, der Automat geht nicht auf. Warum denn nicht? Er macht nur DIN und geht nicht auf. Ich glaub du hast ihn kaputt gemacht. Ja, ich glaub auch. Bei der letzten Runde. Ich mach mal diese Trails wieder aus. Warum? Wo ist Pee überhaupt? Ich lauf um den Puder. Guck mal. Germani! Wo ist Manni? Germani! Seh ich nicht. Was nehmen wir denn? Weiß mal hier. Wo weiß ich das? Holster. So. Lö, 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 Endlö. Also. Seid ihr da immer noch am Gammeln oder was? Warte mal. Wo seid ihr überhaupt? Ey, ich find euch gar nicht mehr. Ja. Loooool! Warum macht ihr das wieder aus? Looooool! Du musst das holzen. Nein, warum ihr das ausmacht? ihr seid hässlich ja okay aber der Falk ich hab jetzt nix mehr mitbekommen Alter wer hat denn da das schießen angefangen ich du Vollidiot man ist halt Bastille gegen dir gewonnen ich war eh nur du hast 22 Punkte ich hab 16 Jonas 13 und Andreas professionelle 4 wer können wir das bewährt Leute danke fürs zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann tschüss